Die Messe ist vorbei. Es hat Spaß gemacht und wir sind nun endlich bereit unsere Koffer zu packen und wieder nach Hause zu paaren. Genau, es war anstrengend, es hat Spaß gemacht, viele Leute getroffen, viele interessante Gespräche gehabt mit Leuten, die wir noch nicht kannten. Es hat wirklich Spaß gemacht und wir hoffen, dass wir euch nächstes Jahr wirklich in Leipzig sehen. Oh ja, das stimmt. Und zum Abschied haben wir tatsächlich auch noch was, denn wir haben ja noch ein Gewinnspiel versprochen und das gibt es jetzt hier. Und zwar wollen wir gerne von euch wissen, welches der Bücher euch am meisten interessiert hat oder wo ihr gerne mal reinschauen würdet. Und warum? Schreibt es in die Kommentare. Genau, schreibt es in die Kommentare und ihr könnt drei Bücher gewinnen. Also drei von euch können jeweils das Buch, was sie in die Kommentare schreiben, auch gewinnen. Viel Glück!